Hallo liebe Geschwister, mit der neuen Woche wollen wir mit in ein neues Kapitel einsteigen im Matthäusevangelium und zwar ins Zehnte. Und da bekommen wir es mit einer Jüngertafel zu tun. Ich lese aus Matthäus 10 die Verse 1 bis 4. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, unreine Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Das sind die Namen der zwölf Apostel. Zuerst Simon, der Petrus genannt wird und Andreas sein Bruder. Dann Jakobus, der Bruder von Zebedeos und Johannes sein Bruder. Philippus und Bartholomeus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn von Alpheus und Thaddeus, Simon, der Kananäer und Judas Iskariot. Er war es, der Jesus später verriet. Liebe Geschwister, es heißt, Jesus ruft die Zwölf zu sich. Eigentlich eine Art Herausnehmen aus der sonst ihm folgenden Menge. Diese Zwölf sind ihm also besonders nah. In der alten Kirche sagte man, dass er sie in die Geheimnisse des Reiches Gottes einführte, während die anderen seine Taten sahen und die Dinge, die er sprach, aber eben nicht im innersten Kern dazu gehörten. Und wir wissen aber auch, dass weiter dann noch einmal ein ganz enger Kreis ist. Um ihn dazu gehörten Petrus, Johannes, Jakobus. Und die ihm also besonders vertraut auch waren. Warum ist das wichtig? Diese Zwölf interessanterweise, denen gibt er Vollmacht. Es wird sozusagen eine Kette gezogen. Eine Kette, die sich vom Vater zum Sohn, vom Sohn zu den Aposteln schließt. Und es wird bewusst von den Zwölf gesprochen und diese Zwölfzahl ist der Hinweis darauf, dass sich nun das Heil in diesem Geschehen vollendet. Zwölf Stämme Israels gab es und man hat gesagt, wenn die letzte Zeit anbricht, dann werden die Zwölfstämme wieder erneut erstehen. Daher diese Zwölferzahl für die Gesamtheit der Stämme Israels, zugleich auch für die Gesamtheit letztlich aller, die das Reich Gottes, diese Stämme, die sozusagen verkörpern, dass das Reich Gottes anbricht. Diese Namen, die auf den Steinen geschrieben sind, der Zwölf Tore von Jerusalem. All das spielt eine Rolle. Es hat also eine Dimension, die auf der einen Seite zurück in die Geschichte reicht, zu den Zwölf Stämmen Israels, den Söhnen letztlich des Jakob. Und zugleich nach vorn ins Eschatologische hinein, also ins Jenseitige hinein in die Erstellung letztlich oder dieses in das Reich Gottes hinein. Daher dieser Anknüpfungspunkt und das alles soll letztlich geschehen, wenn der Messias gekommen ist und ein neues Zeitalter anbricht, nämlich dieses Zeitalter. Und diese Zwölf werden auch sitzen, so heißt es, diese Apostel über die Stämme Israel und Gericht halten, über ganz Israel. Das hat schon eine besondere Bedeutung. Und dann auch dieses, sie werden zugerüstet, unreine Geister auszutreiben. Also dass diese übermenschliche Kraft, die letztlich den bösen Geistern vom Bösen selbst gegeben ist, diese noch zu überwinden, ist Anteilnahme an der Macht Gottes. Jesus selbst gibt sie weiter. Es ist nicht etwas, was automatisch in Menschen ist, sondern Jesus befähigt sie. Und ein zweites, diese Zwölf sind tatsächlich die ursprünglichen Apostel. Es gibt ja manchmal, dass wir auch vom Apostel Paulus sprechen, aber diese Apostel in der Gemeinde sind noch etwas anderes als die Apostel, Apostel ist übrigens der Gesandte, ist noch etwas anderes als diese Zwölf Berufenen. Also Apostel in dem Sinne, wie Jesus sie beruft und mit Vollmacht erfüllt, ist nicht das unbedingt, was jetzt Paulus auch gegeben ist, sondern das ist mehr. Das ist etwas Entscheidendes an dieser Stelle. Und auch die, die sich später dann Apostel nennen, sind eigentlich auch nicht zu vergleichen. Ganz zu speigen jetzt, wenn wir in die neuapostolische Kirche hineinschauen, wo es das Apostelamt bis heute gibt, auch das ist nicht zu vergleichen mit dem Apostelbegriff damals. Sie werden zugerüstet, tatsächlich Macht über die Geister zu haben und das Unreine zu scheiden und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Also sie bekommen letztlich die Macht Jesu, in seinem Namen zu wirken. Und es geschehen Zeichen und Wunder. Auf der anderen Seite an der Stelle eine Bemerkung meinerseits, Vorsicht, wenn heute von Wunder die Rede ist. Prüft alles. Nicht alles, was geschieht und alles, was angeblich im Namen Jesu geschieht, ist im Namen Jesu. Es wird da viel Schindluder auch getrieben mit diesen Begriffen. Nur wenige sind tatsächlich erwählt, Großes zu tun. Auch heute. Nun zu den Namen der Apostel. Und interessant ist, dass wieder auffällt, dass sie ein Stück auch gestaffelt sind. Vor allem immer an zweier Teams sozusagen. Also Paare. Wir haben als erstes Simon, Petrus und Andreas. Die sind uns schon begegnet. Brüder. Da haben wir die Berufung miterlebt. Brauche ich also gar nicht so viel dazu zu sagen. Und die beiden stehen an erster Stelle. Dann Jakobus, der Sohn von Zebedeus und Johannes, sein Bruder. Auch die hatten wir schon in der Geschichte. Interessanterweise gibt es ja solche Jüngeraufzählungen viermal in den Evangelien. Hier bei Matthäus. Wir finden es bei Markus. Wir finden es zweimal bei Lukas. Wo wir es nicht finden, ist bei Johannes. Und warum? Weil Johannes eigentlich die drei Evangelium von vornherein voraussetzt und deswegen sich auf andere Geschichten, beziehungsweise auch glaubensbildende Geschichten bezieht. Und das macht den Unterschied, sodass er sie im Einzelnen nicht aufzählt. Wobei wir bei Johannes doch einzelne Details zu den Jüngern erfahren. Das spielt eine Rolle, genauso wie eine Rolle auch spielt, dass in einigen Handschriften zum Beispiel der Matthäus als Levi erscheint. Und auch der Tathäus nicht vorkommt und dafür ein Judas auftritt. Judas, Sohn des Jakobus. Und das scheint aber auch in Übereinstimmung zu sein. Über einige der Apostel wissen wir eine ganze Menge, über andere kaum etwas. Das nächste Paar ist Philippus und Bartholomeus. Interessant ist, dass wir über Bartholomeus so gut wie fast gar nichts wissen. Über Philippus, der taucht häufiger auf und geht also über den Euphrat zur Mission, schließlich geschickt von Thomas. Und scheint da auch eine große Gemeinde auch zu bauen. Aber viel mehr wissen wir dann auch nicht von ihm. Dann Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer. Da haben wir auch die Berufung von Matthäus gehört. Thomas kennen wir eigentlich eher aus dem Johannesevangelium, wo er tatsächlich eine größere Rolle spielt. Auch denken Sie an den ungläubigen Thomas. Von ihm heißt es später, dass er missioniert im indischen Bereich. Und bis heute findet man die sogenannten Thomas-Christen in Indien, die tatsächlich sich berufen auf diesen Apostel, der ihnen das Evangelium nach Indien gebracht hat. Dann Jakobus, der Sohn von Alpheus, auch genannt Jakobus, der Jüngere oder der Kleinere und Tatäus und Simon, der Kananäer und Judas, der Iskariot, der der Jesus später verriet. Interessanterweise, der zweite Simon, den wir also haben, der da am Ende mit steht, wird bei anderen als der Eiferer übersetzt. Eiferer, beziehungsweise, wenn man das ins Griechische übersetzt, wäre es der Zelot. Und in der Paarung mit Judas könnte es dafür sprechen, dass Judas ebenfalls aus den Zeloten zuzurechnen ist. Judas aus Iskariot, da der Bezeichnung, wo er her ist. Zeloten, eigentlich eine Gruppierung, die die römische Macht, und wenn man es eigentlich genau nimmt, nimmt auch die Macht des König Herodes total ablehnende, weil sie sagte, allein Gott hat die Macht. Und allein ihm sollten wir dienen. Und diese Gottesmacht, diesen Gottesstaat sozusagen aufzubauen, ist jedes Mittelrecht. Und sie sind auch bereit, durchaus Gewalt anzuwenden. Das für uns, glaube ich, am verblüffend ist, dass in der gleichen Gruppe einmal die Fische sind, Gluthandwerker, zum anderen der Zolleinnehmer. Und genauso da auch diese Eiferer dabei sind, die eigentlich alles bekämpfen, was den Staat irgendwie dient. Und damit wäre eigentlich Matthäus ihr gefundenes Opfer. Aber um Jesus herum scheint diese Feindschaft keine Rolle zu spielen. Um Jesus herum, er bringt diese unterschiedlich denkenden Gruppierungen, diese völlig unterschiedlichen Menschen zusammen. Und gibt ihnen eine Perspektive. Und so unterschiedlich sie denken, so unterschiedlich Herkunft sie auch haben, sie bekommen einen gemeinsamen Auftrag. Als die Zwölf sollen hingehen und sollen in dem Namen Jesu die Ernte einbringen. Denken Sie daran, wir haben das letzte Mal davon gesprochen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Möge der Herr der Ernte Arbeiter in seine Ernte schicken. Das geschieht nun hier. Diese Aussendung ist sozusagen, Arbeiter in die Ernte hineinzubringen, die diese Ernte einbringen. Diese Ernte für Gott. Dieses Verkünden des Reiches Gottes mit Worten und mit Taten. Und vor allem in dem Falle mit der Vollmacht Jesu. Das ist eigentlich der Kern. Und in ihrer Unterschiedlichkeit erreichen sie natürlich auch unterschiedliche Gruppen. Und ich denke, genau das steckt auch dahinter, dass Jesus auch eben deutlich macht, an dieser Stelle so unterschiedlich, wie meine Jünger sind und so unterschiedlich. Ich möchte alle Menschen erreichen. Alle Menschen, damit sie mit der Nachricht von Gottes Liebe, von der Nachricht berührt werden, dass sie das entdecken für sich. Und interessanterweise gehört da schon der dazu, der ihn auch verraten wird. Mit Judas werden wir uns dann etwas später auch noch beschäftigen. Von daher will ich da nicht zu viel herausnehmen. Aber allein dieser Hinweis, den wir übrigens bei Markus und bei Matthäus finden, bei Lukas unkommentiert, wird schon deutlich, dass da ein Augenmerk drauf gerichtet wird. Und da an der Stelle auch nochmal der Hinweis, als Judas, als der, der ihn verrät, sich umbringt, wird ein neuer Jünger hinzugewählt. Und er heißt nicht Paulus, sondern Matthias. In der Apostelgeschichte nachzulesen, die Wahl des Matthias zum Apostel, einer, der eben die ganze Zeit auch mit Jesus gegangen ist, alles miterlebt hat, alles mitgehört hat, aber eben bis dahin nicht zum engsten Jüngerkreis gehörte. Was heißt das für uns? Natürlich sind wir auch ausgesandt. Natürlich haben wir auch den Auftrag, das, was wir von Gott erfahren und von Jesus wissen, weiterzugeben. Auch wir sind Apostel, Gesandte, aber eben nicht in dem Sinn, wie Jesus seine zwölf Apostel aussendet. Sondern als die, die mit Jesus gegangen sind und die entdeckt haben, dass die Liebe Gottes Menschen verändert. Und damit ist eigentlich jeder Christ einer, der diesen Auftrag hat, geht hin, verkündet, lebt, lindert, helft. Möge Gott uns dazu die Kraft schenken. Herr, wir danken dir. Du hast damals die Jünger berufen und du stellst auch uns heute in deinen Dienst. Unser Dienst ist nicht so wie bei den Jüngern. Wir haben auch nicht immer die Vollmacht, dass wir Geister austreiben können oder anderes und die Welt von allen Leiden befreien können. Aber wir können die Hoffnung hineintragen, indem wir es vorleben, indem wir von deiner Größe erzählen, indem wir von dem weitergeben, was du in unserem Leben tust. Dafür danken wir dir. Segne du unserem Dienst, auch gerade im Kleinen, auch gerade da, wo du uns hingestellt hast. Und sei und bleibe du bei uns. Amen. In diesem Sinne wünsche dir heute einen schönen Tag.